Wieviel haben wir denn noch? Ja, also für Rüstung müsste es reichen. Höhle gefunden. Ich hab recht? Ne, ich hab den Stimpeingang gefunden. Nice man, gut, gut, weiter so. Du bist echt clever. Ein Zombie macht unsere Tür von innen kaputt und somit geht's weiter beim Battle. Mit Revide Me LP natürlich. Nein! Doch. Als ob der immer noch mitmacht. Doch, doch. Jetzt haben wir Huren so. Guck mal, dieser Bastard-Zombie, er steht einfach in unserem Haus und will nach draußen. Aber ich hab ihm drei, vier Schellen gegeben und er macht nichts mehr land. Ich hab unser Haus auch wieder mit Erde repariert, ne. Ich hab Erde in die Löcher gesteckt. Oh, egal. Wir sind so Terraform-Craft-Land. Hat er dein Schloss zu suchen? DIAMANTEN! DIAMANTEN! Nein! Weiß ich nicht. Ich guck mal. Eins. Zwei. Oh, oh. Wehe, das ist nur ein Hurensohn. Zwei! Auf jeden Fall schon mal. Drei! Komm schon runter, Ravy. Also, hab ich echt? Ja, ja. Hast du keine Eisenspitzhacke dabei? Als ob. Ne, hab ich leider nicht. Vier Diamanten. Ja, chill, ich warte. Oder ne, drei scheiße. Egal. Ja, egal. Das reicht, das reicht, das reicht. Dann haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Wir haben zwei Schwerter. Und dann können wir uns noch später Rüstung kraften, ey. Aber ich hab... Na, ich will hier nicht runter. Pass auf. Komm, Huren hol dir einen Hacker. Das ist einfacher. Wirklich. Okay, okay. Ich seh dir schon. Wenn wir einmal oben sind, dann... Ne, Mann. Du meinst, wenn wir einmal unten sind? Digga, wenn wir einmal oben sind, ne? Ich seh, wir sind ja echt... Da kommen zwei, da kommen zwei, da kommen zwei. Hurensohn. Ne, Alter, das sind unsere. Da kommen... Gulu-Fan und Mein-Jerk. Ja, dann sagt die, sie soll sich verpissen, sonst gibt's ordentlich auf die Fresse. Die haben schon Full-Diamant, die haben schon Full-Eidon-Rüstung, ne? Ich dachte grad schon, was Full-Diamant? Ey, die kommen rein. Ins Haus. Ohne Witz, das ist unnötig. Die sollen wir raus. Und am Ende sind sie schwanger. Guck da. Wir nehmen nichts, wir laufen nur. Ja, ich seh's schon. Yasui, hast du Eisen mitgebracht? Digga, ich muss noch hoch, Alter. Weißt du, wie tief ich geh? Das ist so tief wie deine Mutter, wenn die kackt. Okay, da sind die, die laufen grad an mir vorbei. Ich sneak mal, damit die die Höhle nicht finden. Die haben die zugebaut, die Hurensohn. Echt? Die sind so witzig, Alter, die haben die Hurensohn zugebaut. Ich komm nie wieder raus. Yasui, dann geh du rein, schau's und ich klett den Diamanten, okay? Ja, welchen Diamanten? Ja, die vier Diamanten, da, die drei. Die drei. Die drei. Die drei. Basti und Bret und Fie gegen so einen Schatten. Denkst du, geh' immer Eisen? Eisen ist in der Secret-Kiste. Aber die Secret, ich weiß doch nicht, wo die ist. Oh, 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 oh. Ey, Kumpa, hab ich in der Secret-Kiste, hab ich da den Knochen reingetan? Nein. Bruder, ach da ist der. Ey, ich vermeh' jetzt der Hünschchen. Du hast, du hast jetzt halt für die Secret-Kiste. Du musst es wieder zumachen Sucker, yo Ich geh jetzt da ein kleines Täubchen Okay Ich halte hier oben der Wache Der Wache? Der Wache Die Übertreibung Mach hinter dir am besten die Höhle zu, ja? Ich hab ja gesagt Wo? Hier die Höhle, wo ich jetzt rauskomme Warum? Ja, wenn du reinkommst Oder kommst du nicht rein? Ich komm nicht rein Okay, dann mach ich die zu Ich hab einfach Angst, dass wenn einer vom Haus weggeht Dass die alles aus dem Haus klauen Ja, okay, hast recht Wie lang brauchst du? Drei, vier, fünf Minuten Alter, wie hab ich das so scheiße zugebaut? YOLO Ich laufe und ich laufe und ich sprint und ich sprint Aber ich komm zu keinem Ende Aber guck mal Wir haben jetzt Jeder ein Diamantschwert, ne? Ja Dann hast du Wie viele Diamanten findest du da noch? Weiß ich nicht, warte Ich hab grad Ich baue die gleich ab Ich hol mir nur noch ganz Das ganze Redzone für die Level Ich mach schon mal einen Wassereimer Für Obsidian Ist da unten Lava bei dir in der Nähe? Ich weiß nicht Ich hör nichts Ich suche aber gleich, ja Ja, nee, lass mich das machen, du hässiger Knecht Hässlich? Hässlich Ich bin aber schon dabei Alles hässlich Junge, wo ist mein Gang von Society? Ich find dich nicht so witzig Lava Ich hab Lava gefunden Das ist nicht super Das ist das beste Das weiß ich, das ist das beste Aber hör zu Rewind me Ich hör dir zu, was labest du? Das da ist Lava Und wenn du den einen Block abbaust, dann bist du Du hässiger Schmuck, Alter Du Opfer, was willst du machen? Du bei dir schon der kann erken Ich würde willkommen dich klatschen Also ich hör, ich hab Lava gefunden Aber wenn du die Blöcke abbaust Dann kommt da direkt Lava aus Rausgesplicht Dings, das ist ein Diamant Dings, das zwei Diamant Und Dings, das drei Diamant Dings, ich hab das so gut gemacht Dings Oder wir nehmen einfach das Haus Und schieben es woanders hin Will die Fresse Von hier mach ich hier grad was ganz anderes Ich stimme grad für Austria-RP bei McDonalds ab Für seinen Burger Ich spiel' gar keinem Einkommen Hat nicht der Pete's Meat Burger gewonnen? Nein Der, ähm, Uwe Der Uwe Burger Was für'n Uwe Burger? Der ist von Uwe Gleit like Uwe? Äh Ne, ne, nur Uwe Er ist von Uwe Der hat einen Glatsche Von Uwe eh oder was? Von den Firmen her Nein, von Uwe Wer ist Uwe? Mein Nachbar Dein Nachbar kann sich mal ficken gehen Der sitzt immer nackt im Garten Ey, Suitag Du gehst mir auf deine Eier Wie lang brauchst du? Das kommt dann drauf an Ich lass jetzt was an deine Hürde laufen Auf Nö Eisen, 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 Eisen Ich komm jetzt mitfahren Ich hab Diamantschwerter dabei Okay Wenn wir drauf gehen Haben wir voll verkackt Das ist der zweite Eingang Also du musst ein bisschen Laufen, laufen Der zweite Ich hab ersten genommen Gehst du ruck Du hälst Liga Bruder, ich muss die ganze Zeit Zombie-Gehörner essen Weil wir nichts anderes haben Weißt du, wie scheiße das ist? Ja Ziemlich Aber ich hab schon vier Level Ich hab acht Digga, wie ich angebe, ne? Kleinen Yarak Ich hab groß Ich hab, du laberst Wo ist der zweite Eingang, ey? Warte, ich höre dich ab Pisser, Striche Ja, da komm mal raus Siehst du meinen Namen nicht? Nein Du hälst die Schnauze Du siehst es denn Ich weiß das Ich seh dir nicht Du siehst denn Du lügst Wo bist du denn? Ich komm Reagiert ein Yarak Da ist so Der steht nicht so groß Och Revi, Alter Jetzt hör mal auf Deinen Dingen So einen Kopf zu tun Auf den Kopf Ja, beeil dich mal Mal so Fuck die voll ab Ich bin gleich oben, Alter Chill deine Hut Ja, ich bin oben Dann geh du ins Haus Zurück, okay? Wieso? Ja, ich geh fahren Du gehst ins Haus Okay? Nein, du kommst nicht hier ran So, warte Ich geb dir die Sachen, okay? Aber soll ich im Haus machen? Ja Du kannst dich um das Hühnchen kümmern Junge Lass doch einfach die ganzen Sachen aus dem Haus mitnehmen Ich bin Ey, ja, okay Ja, okay Wir werden so sterben Bring das Holz mit, ja? Welches Holz? Ist das vom Haus? Ja, bau halt das Haus ab So ein bisschen Okay Wunder, wie tief bist du gelaufen? Ziemlich Ich hab da auch richtig scheiße gebaut Ist hier eine Höhle? Ich hab noch sieben gebratene Steaks Hey, du da Ja Habe ich dir gesagt, du sollst reden? Nein Hier ist ein Grieb am Haus Du bist ein ungeladener Gast Danke, der hat für mich gefahren Warst du im Holz? Ja Achso, der inkludiert ist Doch Du Hays League Weißt das hier? Video Shedding Breitnis Auf breit Gebaut Ich dachte Video Shedding Breit Nicht Ist auf breit Gebaut So, soll ich runterkommen? Ja, mach Was? Ich hol noch Holz Holz ist immer gut Von Raden, Herr Misch Schreib mal bitte in den Shed Oha, Digga Und der Hoth wird zergrieft Von wem bloß? Warum soll ich das machen? Das wäre doch nicht lustig Ja, aber Unsere Betten sind oben Fuck Wir nehmen mit runter Tötet auf jeden Fall noch die Hühnchen wegen Essen, ja? Ja Ich schwöre, ich habe sie geliebt Ich habe sie Wirklich geliebt, aber Wir haben sie so gerne mal nahe genommen Aber das ist Ich habe eine Idee Guck mal, wir bauen eine Maschine Die Server zum Leggen bringt Und dann haben wir gewonnen Was für eine Maschine soll das sein? Eine Redstone Maschine Den Bogen tue ich mitnehmen Den Pfeils tue ich mitnehmen Den ein Bett Lass mich in den Haus rein Hier ist noch ein Kisch Digga, gib mir das eine Bett jetzt Boah, sofort geben Guck mal, was ich da im Chat losche ich Was ist sofort geben? Ja Bruder, kommst du mal Komm mal runter jetzt hier Wenn schon, will wir sofort geben Komm mal runter Ich bin auf dem Weg Du brauchst so lang Wie ein Mann nur braucht Was? Hast du verstanden, was ich gesagt? Ja, ich brauch so lang Wie ein Mann nur braucht Ja, das ist ein Ein Beleidigungsstich Das ist eine Wahrheit von Leben Da habe ich mir ausgedacht Ja, und wir standen daneben Boah, Ceronik Er hat diesen einen Smiley Wirklich diesen Strich, Punkt Strich Ja, ja, den liebt er richtig Strich, Punkt Strich Fertige ich der Ceronik Gesicht Das ist der Haus So, den ich komme raus Wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen Da ist ein Skelett Den habe ich gedehnt Ja, komm schon runter Ich bin unten Ganz unten Echt? Ja, wo bist du? Ja, ich bin hinten am Stripp, meine Alter, da, da, ich sehe dich Ja, Alter, die Box brennt einfach an Hast du, ist der Lava? Ich habe Lava Ja, warte Ich komme Hast du den Diamanten? Hast du auch dabei? Ja Wie viele hast du? Fünf Echt? Ja Ja, warte, ich tue der Box weg Der Box? Ich tue der Box weg Pasch auf Und dann gehe ich gleich hoch Komm her, komm her, komm her Komm her, wir machen hier Ich bin doch bei dir Hier machen wir einen Raum zum Schlafen, okay? Ja So, da Ich tue da, können wir dann schlafen So, gib mal den Diamanten Und mach da einen Kiste hin Da, neben einen Kiste Mit den Sachen Mach jetzt! Halt die Schnauze Ich brauch was Das ist jetzt Spinnenaugen Ich habe 36 Rohholz noch dabei, ne? Natürlich Warte, hier nimmt die Mach mal die Kiste daneben, bitte So Du hältst erstmal den Schnauz Hochnäschige Obertücke Hör auf, Alter Wow, wow Alter, ich wäre gerade fast gestorben, ne? Aber Bruder, ich bin Ey, Bruder Was denn? Fuck! Nee, das ist voll nicht lustig, Mann Ich schwör, ich sterb gleich Ich komme die ganze Zeit so hesslig aus So hesslig Hesslig Ja, hier kommen die ganze Zeit so hesslig aus den dunklen Gästen Das ich gemacht hab So, Pazhov Hast du den dunklen Ritzen deiner Namen, oder was? Du da Du mal all das Sachen da rein So All das Sachen So, Pazhov Jetzt mache ich mit der Mit der Eimer Wascher Okay, ich sage da drüber Und dann kann ich den Diamanten Kann ich dann Mit der Diamanten Hacke Der Obsidian Ich habe da Eisen und alles reingetan, ne? Alles Tami ist alles Du musst das doch gucken Sonst ist das gar nicht mehr toll für mich Ich habe da auch Roheisen und so reingetan, ne? Was ist das? Das ist unser Lava Achso Da habe ich jetzt draus gemacht Das andere, wie heißt das? Obsidian Obsidian Das ist mal ein Fail Heute gucken wir Revitow Wie er Obsidian macht Ah, ich fließt raus Ich bin ein Profi Ich habe gelernt in der Schule Wie ich Obsidian mache So, warte auf Und jetzt gäbe ich mir der Hacke Da sind die Diamanten dran So, der Schwert, dass wir noch Ja guck mal Bruder, das passt genau Da kann ich der Hacke machen Und der Entscheidende Stable Ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß Ich weiß Dann müssen wir noch gucken Das Schwert vielleicht was irgendwie bekommen Um Ich habe Eisen gefunden Ja, Eisen Eisen ist auf jeden Fall gut Eisen haben wir auch auf jeden Fall viel Wie viel haben wir denn noch? Ja, das Also für Rüstung müsste es reichen Höhle gefunden Echt? Ne, ich habe den Strip meingang gefunden Nice man Gut, gut Weiter so Du bist echt clever Zitat Digga, ich war früher Ich war früher Ah, Cut Okay, das war dann Die früher Geschichte Kommt im nächsten Part Tschüss